Das neue Fahren-Lernen-Max. Mehr als nur bestehen. Mit Fahren-Lernen-Max gelangst du jetzt noch schneller und besser zum Führerschein. Im geführten Lernweg übst du alle Fragen aufgeteilt in drei Stufen, von leicht nach schwer. In Stufe 4 absolvierst du Prüfungssimulationen und gelangst so zur Prüfungsreife. Hast du alle Fragen einer Stufe sicher drauf, geht's ab in die nächste, ohne Fragen-Dopplungen. Nach den leichten Fragen frag dich Fahren-Lernen-Max, was du im Theorieunterricht schon gehört hast. So beginnst du mit den dir bekannten Themen in Stufe 2, den mittelschweren Fragen. In der oberen Leiste hast du deinen Lernfortschritt stets im Blick. Lerntipps, passende Begleitbuchseiten und Videos helfen dir beim Verstehen und Beantworten der Fragen. Auch die Videofragen sind im geführten Lernweg enthalten, mit intelligenter Lernhilfe, die dir durch die Glühbirne angezeigt wird. Markiere die Frage, wenn du sie später nochmal bearbeiten willst. Hast du alle drei Stufen geschafft, geht's in die finale Stufe 4. Übe hier mit Prüfungssimulationen, die exakt dem Aufbau und Design der amtlichen Theorieprüfung entsprechen und deine schwierigsten Fragen berücksichtigen. Absolviere so viele davon, bis du prüfungsreif bist. Daneben findest du deine persönliche Lernbox. Übe hier gezielt deine falschen Fragen. Hast du die Prüfungsreife erreicht, schaltet die Ampel auf grün. Im Praxistraining bereitest du dich auf den Fahralltag vor. Mit den Suchbildern und den Wahrnehmungsbildern kannst du dich auf schwierige Praxissituationen einstellen. Mit den Praxispaketen bereitest du deine Fahrstunden vor und nach. Hier im Zusatztraining kannst du ergänzend zum geführten Lernweg vieles noch einmal gezielt üben. Beispielsweise die Bildfragen, die in der Prüfung variiert werden oder alle Videofragen, die du im Animationstrainer findest. Mit der Fahren-Lernen-App geht's unterwegs einfach weiter. Begleitbuch, Lernsoftware und Unterrichtsprogramm sind perfekt aufeinander abgestimmt. Deine Fahrschule sieht, wenn es bei dir im Fragentraining hakt und kann Schwierigkeiten im Unterricht oder in deinen Fahrstunden aufgreifen. Schon eine Million Fahrschüler haben sich mit Fahren-Lernen-Max erfolgreich auf den Führerschein vorbereitet. Und jetzt bist du dran!